Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es eine neue Folge von Zocken mit YouTuber und heute habe ich mit Severl und mit Zolko gezockt. Waren richtig nette Jungs. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Ist nicht so lang, aber gönnt euch. Und jetzt erstmal das Intro. Ah, easy, irre. Ja, ich dachte mir. Ich höre irgendein Mikrofon die ganze Zeit. Weiß ich, ob es dann OMA ist oder von LUC DUO. Ladies and Gentlemen, we got him. Lazy, 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 komm. Lazy. Könnt ihr nochmal leasen? Ja. Ja, klar. Jetzt ist es nein. Hisch gehabt, Junge. KD. Hey, geht cool. Wie geht's doch raus hier? Ja und? Hallo, ey. Ja, da muss doch der Hund in der Pfanne verrückt. Was nukkst du? Der kommt von mir rein. Das ist aber nicht der echte V-Skills, oder? Ne, ne. Leider nicht. Ja dann, hallo. Hallo? Hallo? Hallo. Ja. Ja. Hi. Hallo. Okay, tschüss. Ich hole den, ja ich hole den, also ich hole deine Yu-Gi-Oh! Karte, dann hole ich den. Ah ja, ich sterbe, Digga. Alter. Luke, einer muss doch das V-Fa-Karte holen, Leute. Was muss aus, sich was muss, Bro? Du bist ein roter Mann von mir, heißer Simon. Okay. Geht ja. Du Sabine ist der Manager. Verdun? Die Cheats. Hey, es läuft mir ein wenig schwerst, Digga. hey was lagst du digga ich hab 71 ping ja bei mir ist irgendwie ganz komisch fps und so voll scheu oder man hört ein echo da kommen noch, bei der brücke Pass auf rpg, Alp, Alp, Bau zu, Bau zu Alga, 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 Alga Alga, 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 Alga Die schnippen Einen genockt, wir haben genockt, Leute Hinter, hinter Der haut ja ganz anders ab Nice Hast du heute schon gestrimmt? Gestrickt habe ich Hey Jungs, On Ping, On Ping, On Ping Der Durm drauf, ja Yo, 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 ich bin tot Haha, ja, mit der war gut, ja Ich glaub, das müssen wir nicht anschauen Keine, ich hab keinen, ich hab keinen Schild gehabt, ne Ich hab keinen Schild gehabt, ne Ich hab keinen Schild gehabt, ne Mann, Al, ich hab mir halt gar nicht eingespielt Kein Diss, jetzt Ey, ich hab... Achso, ich hab ein paar Mal dran, ja Oh, ich hab noch ein Boot Oha Maschine Nice, Digga, hol auf jeden Fall unsere Karten dann Ja, Mann, du kannst mich ruhig down Digga, dann lass nicht die Karten holen von Savile, Digga Ganz einfach, so ein Ding Ne, ne, das geht schon nach Hause Karte, 30 Sekunden, das sag's bloß Okay Luke, scheiß drauf Ah, scheiße, da ist einer Oder hol Karte, ich hol den Digga Ich hab, nein, nein Ich hab, nein, nein Ich hab, nein Ich hab, nein, nein Ich hab, nein Hey, come on Ah, das war echt nicht nötig, mein Ich hab, nein, nein Ich hab, nein Ja, Moin Ey, jetzt kommen alle halt hier hinten Ja, Mann Sorry, Jungs Ey, können Alles gut Ja, Digga Endlich, Junge Ehre GG, Leute Ey, danke, dass ihr dabei wart, ne Cooler Win War eine erste Runde, Digga Ja, korrekte Leute Das mag ich Das mag ich Deine Abonnenten Das war's Bis zum nächsten Mal Ciao, ciao Ja, Leute Wir haben jetzt auch einen Creator Code Einfach hier in den Itemshop gehen Dann auf Viereck Hier könnt ihr dann meinen Code LukeDuoYC eintragen Auf A nehmen klicken Und das war's auch schon Und Leute, wenn ihr einen Skin mit dem Creator Code LukeDuoYC kauft Dann verlinkt mich unbedingt auf Insta Jetzt geht's aber los mit dem Video Viel Spaß